Salve! Herzlich willkommen zu diesem Lateinvideo. Hier geht es darum, wie die Steigerungsformen der Adverbien im Lateinischen gebildet und wie sie übersetzt werden. Folgendes Vorwissen solltest du dafür bereits haben, wie die Steigerungsformen der Adjektive gebildet werden und wie sie übersetzt werden. Dazu gibt es bereits zwei Videos, in denen du das lernen kannst. Solltest du also noch nicht darüber Bescheid wissen oder eine Auffrischung brauchen, schaue zunächst diese beiden Videos an. Zunächst ein Satz mit einem Adverb in der Grundstufe. Heißt übersetzt, Quintus läuft weit. Ein Beispielsatz mit einem Komparativ wäre dieser hier. Lukius läuft weiter als Quintus. Und im Superlativ könnte ein Satz so lauten. Set Marcus longissime currit. Aber Marcus läuft am weitesten. Schaue nun einmal die Komparativ- und die Superlativform des Adverbs an. Überlege, wie sie zusammengesetzt sind. Im Komparativ des Adverbs wird an den Wortstamm die Endung ius angehängt. Das kommt uns doch bekannt vor. Beim Komparativ der Adjektive enden Nominativ und Akkusativ-Singular-Neutrum ebenfalls auf ius. Und im Superlativ? Hier endet das Adverb regelmäßig auf isimee. Die Buchstaben isim kennen wir ebenfalls schon vom Superlativ des Adjektivs. Und das e ist ja auch im Positiv, also der Grundstufe, ein Kennzeichen für ein Adverb, wie du es auch oben im Beispiel longi siehst. Diese Vermutung wollen wir jetzt natürlich noch überprüfen. Dazu habe ich dir einmal fünf Sätze zusammengestellt, die ich dir zunächst einmal vorlesen möchte. Nun bist du an der Reihe. Übersetze die Sätze schriftlich. Achte dabei doch auch schon einmal darauf, ob unsere Vermutungen stimmen. Die Vokabeln am Rand sollen dir helfen. Halte das Video nun kurz an und setzte es fort, sobald du fertig bist. In Ordnung. Ich bin sicher, dass du gut zurechtgekommen bist. Aber dennoch wollen wir die Auflösung kurz durchgehen. Satz 1. Alle Jungen laufen schnell. Lukius läuft schneller als Quintus. Ist die Übersetzung von Satz 2. Weiter geht's bei Satz 3. Aber Markus läuft am schnellsten. In Satz 4 wird die Frage gestellt, welcher Junge läuft am langsamsten? Und die Antwort folgt in Satz 5. Quintus läuft langsamer als seine Freunde. Wie sieht es jetzt mit unseren Vermutungen aus, dass der Komparativ auf Ius endet und der Superlativ regelmäßig auf Isime? Schauen wir uns die lateinischen Sätze genau an. In Satz 1 haben wir das Adverb Kelerita, das von Keller, einem Adjektiv der konsonantischen Deklination, abgeleitet ist. In der Grundstufe des Adverbs hat es darum die Endung Iter. In Satz 2 haben wir aber mit Kelerius einen Komparativ und stellen fest, dass er wie vermutet auf Ius endet. In Satz 3 steht mit der Form Kelerime ein Adverb im Superlativ. Nun weißt du ja, dass Adjektiv auf er im Superlativ auf Rimus a umenden. Insofern passt die Endung Reme zu unserer Regel, die lediglich für die Sonderformen auf er und lis entsprechend zu verwenden ist. Wir können also ebenfalls grün markieren. In Satz 4 haben wir mit der Form Tardissime wieder eine ganz regelmäßige Variante. Und im letzten Satz schließlich sehen wir bei Tardius wieder die Endung Ius. Schön! Wir sehen also, dass unsere Vermutungen stimmen und können an beide einen Haken setzen. Die Übersetzung ist mit weit weiter am weitesten auch ganz normal, wie wir es erwarten würden. Nun löschen wir die oberen Sätze und ersetzen sie durch neue. In diesen wird kein Vergleich mehr zwischen den Jungen sein. Sie stehen für sich. Im Positiv bleibt alles wie gehabt. Markus läuft weit. Doch im Komparativ müssen wir eine Änderung vornehmen. Markus läuft weiter kann man für sich gesehen nicht sagen. Aber du kennst doch bestimmt noch den Relativ, wie er auch bei Adjektiven im Komparativ ohne Vergleich gebraucht wird. Wenn wir diesen hier anwenden, wie muss die Übersetzung dann lauten? Markus läuft ziemlich weit. Genauso gut ginge natürlich auch allzu weit. Da kommt es immer auf den inhaltlichen Zusammenhang an. Und beim Superlativ, welche Übersetzung passt statt Markus läuft am weitesten? Hier ist der Elativ anzuwenden, also Markus läuft sehr weit. Halten wir das noch zusätzlich fest. Steht die Steigerung ohne Vergleich, wird das Adverb wie beim Adjektiv als Relativ und Elativ übersetzt. Gut, erinnerst du dich an gewisse Sonderformen der Steigerung von Adjektiven? Die gibt es beim Adverb leider auch. Hier ist es wieder am besten, diese wie Vokabeln zu lernen. Zwei Beispiele will ich dir kurz zeigen. Das Adverb multum, viel, das schon im Positiv nicht aussieht wie ein normales Adverb, hat im Komparativ die Form plus und im Superlativ heißt es plurimum. Das Adverb bene, das von bonus stammt und du sicher schon mal gesehen hast, bildet den Komparativ melius und den Superlativ optime. Zwar unterscheiden sich die Formen stark voneinander, aber in Anbetracht der Steigerung der Adjektive haben wir dennoch auch eine Regelmäßigkeit mit dem IUS und dem E. Fassen wir noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Im Komparativ des Adverbs wird an den Wortstamm die Endung IUS angehängt. Im Superlativ endet das Adverb regelmäßig auf ISSIME oder unregelmäßig RIME und LIME. Steht die Steigerung ohne Vergleich, wird das Adverb wie beim Adjektiv als Relativ und Elativ übersetzt. Es gibt Sonderformen der Steigerung, die auswendig gelernt werden müssen. Halte das Video nun kurz an, um dir diese Regeln in deinen Grammatikordner zu notieren. Damit wären wir auch am Ende des Videos angekommen. Es folgt nun eine kleine Selbstüberprüfung, mit der du feststellen kannst, ob du alles verstanden hast. Wenn du noch Fehler gemacht hast, dann schaue dir doch das Video oder teile davon noch einmal an. Vielleicht hilft auch ein Blick in die Videos zur Steigerung der Adjektive. Notiere dir genau, was du nicht verstehst und frage in der nächsten Lateinstunde bei deiner Lehrkraft nach. Wenn alles richtig war, hast du offenbar alles gut verstanden. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.